Momentan ist Omikron ja nicht die Variante, die uns epidemiologisch das Hauptkopfzerbrechen macht. Momentan haben wir Delta und gegen Delta wirken die momentanen Impfstoffe sehr gut. Selbst wenn es später mal zu einer Anpassung kommen sollte, dann wird uns die Grundimmunisierung, die wir jetzt bekommen haben, dann helfen. Dann werden wir mit dem angepassten Impfstoff nur noch einen Booster brauchen und nicht eine Grundimmunisierung. Sollten wir den Impfstoff anpassen, wird es wahrscheinlich weltweit nicht unbegrenzt am Anfang zur Verfügung geben. Das heißt, die Personen, die bereits eine Grundimmunisierung haben, haben hier sicherlich einen sehr großen Vorteil, dass sie viel schneller geschützt sind, wenn sie dann nur einmalig einen Booster bekommen. Wie es dann genau abläuft, welche Dosen verwendet werden, das ist natürlich noch alles sehr hypothetisch. Aber grundsätzlich eine Grundimmunisierung ist nur ein Vorteil und kann auf keinen Fall ein Nachteil werden.